Bruder, können wir bitte ein Bild machen. Crazy, Digger. Ich küsse dann jetzt, können wir bitte ein Bild machen. Crazy. Bester Mann, ja? Ich liebe dich, Bruder. Ich küsse dann jetzt. Könnt ihr mir eingefallen tun? Ich habe gleich Auslass von den Drahtwerken noch. Dann blockiert ihr hier leider die Einfahrt. Hör mal, das ist UFO. Da wird alles blockiert. Vielleicht wie du bist, ne? Dann ist die Einfahrt weg und dann kannst du gucken, wie sie die Ecke rauskriegen.